Moin, willkommen zurück zur weiteren Runde von Legion, ganglösten Modus, Zeit für Fiesta. So, wir gucken mal, Magie ist jetzt nicht so fett, das ist natürlich widersprüchlich zu Fiesta, deswegen nehme ich das nicht mit, ach ne, ich meine die Sakura-Blume, das kann ich natürlich mitnehmen. Ja, wir haben die Magic-Schaden, ich habe aktuell sonst nur ihn, da nehme ich die Teile raus, ich habe übelst viel Stich, er hat noch Magic, ne? Zwei Katzen sollten reichen. Ich könnte jetzt natürlich eine Aufwärmung draufpacken, aber das lasse ich lieber. Gut gesplittet geht das auch klar. Im besten Fall kommen ein, zwei durch. Dann gibt es schon ein paar Kneten. Sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Profi am Werk. Ha! Perfekt. Ich könnte schon ein Block holen. Ähm, hier drüben ist eine Yosora. Puh. Kriegt Warten nichts. Auf mein weg. Auf mein weg. Ja, so ein bisschen Verteidigung baue ich mit auf. Ja, genau gegen sowas will ich ja dann ein bisschen klarkommen, ich will so wenig wie möglich verkacken, aber ich will so viel wie möglich verkacken. Klingt komisch, ist aber so. Ist ja Fiesta. Also so oft wie möglich, so wenig wie möglich. Und da war es schon sehr gut, dass ich die Kaupack mit reingenommen habe, weil ich verkackt trotzdem, aber ganz wenig. So wie es geplant war. Kann ich noch einen Blocker reinhauen. Nächste Runde, die Katzen sind safe, die machen das alles weg. Skubiunde sind gut. So, mehr schaffe ich nicht. Hätte ich noch einen Gold gehabt, hätte ich eine Kaupack aufgewertet, aber Katzen sind super. Das ist immer noch mal so ein ganz anderer Playstyle, wenn man Fiesta macht. Man will irgendwie so ein bisschen verkackt halt. Und ich, gerade ich, der immer am liebsten ein bisschen zu viel baut, für mich ist es besonders schwierig. Okay. Hier macht Stich viel aus. Oh, kaum. Ich will Stich schicken. Wahrscheinlich Echsen. Ja, das wären Echsen. Ich brauche noch mehr Stich. Hier warte ich zwei Kaupacken auf. Und wirkern nicht so runter. Und dann gehe ich auf den Baum. Okay, da tritt es nicht mit rumgekommen, aber nicht so schlimm. Die Kettenfäuste sind relativ egal, ob sie jetzt aufgewertet sind. Dann natürlich nicht. Der schickt mir jede Runde scheiße. Der denkt, ich bin kacke. Der hat die Kettenfäuste aufgewertet. Der denkt, ich bin kacke, deswegen schickt er jede Runde irgendwas. Aber das wäre ich ab. Glaube ich zumindest. Jawoll, ich bin durch. Sehr gut. Oh, abgewertet. Da hat er mit seinem Cent versagt. Jetzt gibt es schon mal gut Kohle. Oh, das ist super. Ja, jetzt stellen wir uns ein Bäumchen hin. Zack. Broker. Katzensteak. Neun macht für mich einfach am meisten Sinn. Bei ihm gucke ich jetzt nicht. Ich gucke, was für mich Sinn macht. Und da ist neun schon wirklich weit vorne. Ja, das könnte ich schaffen. Muss ich mir locker bauen. Ich bin schon mal zwölf locker. Und bin schon mal sehr gut dabei. Ich glaube, ich halte das jetzt zu viel. Habe ich so im Gefühl, dass ich es halten werde. Ohne Probleme. Gerade weil die Katze sich jetzt hochheilt. Ja. Da haben wir zwei Blocker. Das ist ja gut, dass ich diese runter halte. Okay. Ich schicke den Aufprall ein bisschen mit. Auf der neun. Ah, das habe ich gut gehalten. Nicht komplett, aber trotzdem gut was abgewehrt. Okay. So. Jetzt haue ich einfach die Katze rein. Und tu noch so ne Kaulkappe hin. Wenn es 290 drunter mit 14 Workern. Bin aber immer noch oben dabei. Aber doch die Runde was schicken. Gehe ich mal stark von aus. 180. Das ist nicht so gut. Aber es geht noch. Kann ich die Block holen. Ja, das werde ich nicht halten. Aber es ist nicht so schlimm. Genau. Ich werde jetzt ein bisschen Aufprall mitschicken. Und zwar ihn hier. Der Ogre ist sehr gut. Und ne Mol für die Elementare. Das ist auf jeden Fall eine gute Variante. So. Ich werde den Baum auf. Und fertig. Da kann ich eh nicht. Noch ne Kaulkappe besitze ich jetzt nicht hin. Aber ich kann die wieder umwandeln. Weil es macht Magieschaden wieder Schaden. Mol noch mit rein. Eine Schnecke kriege ich noch hin. Oh, der kriegt aber wirklich dick gesendet. Ich hättest die runter. Holy shit. Wird einfach weggeknüppelt. Hat gar keine Chance. Nacksch gemacht. Okay. Ich hab verkackt. Aber so soll es auch sein. Das ist nicht zu viel. Dadurch, dass ich oben bin und Shatter und Gold verteile, ist es natürlich nicht optimal. Aber alles noch im grünen Bereich. So, noch überhole ich jetzt nicht. Ich werde noch einen Baum hinstellen. Oder den guten hier. Ja, noch einen Baum macht keinen Sinn. Dann wollte ich jetzt einen Baum hinstellen. Wandel die um. Und warte die Katze noch auf. Und dann hole ich einen Worker nächste Runde. So machen wir es. Ja, wenn ich auf 12 schicke, dann kriegt er ganz schön auf die Fresse. Ich hab jetzt schon fast 20 Worker. Er blockt hier gut ab. Er hat 360 geschickt bekommen. Ach du Scheiße. Der andere braucht ganz schön viel Kohle. Ah, der Ding ist noch tot. Jetzt hab ich abgewehrt. He 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 he. Der ist durch. Das werde ich nicht blocken können. Aber hier ist ein bisschen Schaden noch gemacht. So, ich roll mal. Die raus, ihn rein. Kalkfappen raus. Jusora rein. So ein Ding ist das. Was nehmen wir? Förderung. Sieht gut aus. Müssen die einmal kurz umwandeln. Stehe ich noch ein Bäumchen hin. Und werde hier noch eine zweite Katze hinpacken. Das sollte ich auf jeden Fall verkacken. Ja. 340. Oh, der war gut. Aber sieht gar nicht so schlecht aus. Jetzt schicken wir Dick. So, das geht auf die Fresse. Ich schicke dann auf jeden Fall nochmal einen Ogre mit. Ja, das kann doch nicht abwärmen. Da war zu viel durchgelassen. Aber er hat auch 340 geschickt. Was will man erwarten? Zack. So, den Dicken könnte ich hier hinsetzen. Jetzt habe ich ein bisschen zu viel gebaut. Für mein Fiesta. Aber er hat auch für nächste Runde schon ein bisschen vorgesorgt. Oh, hier steht schon ein dicker Bananenbaum. Zwei Dachse. Priesterin. Super Ding. Blut noch rein. Auf jeden Fall für den Bananenbaum. Ist das sehr gut. Jetzt schicken sie nichts. Ja, klar. Ah, ich spiel mal bei zwei. Erstmal. Aber es könnte es schon gewesen sein. Durch. Ah ja, zu kämpfen. Ah, ich will noch einen. Aber ich glaube, es ist gewesen, der König ist gar nicht aufgewertet. Und meine ganzen Auren leben noch. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, das war's. Mit einer weiteren Route Legion. schaut doch gerne bei den anderen Videos mal vorbei, ich verlinke euch mal eins. Sehr gute Runden, sehr gute Runden. Ja, das war's für heute. Ich wünsche euch einen spannenden Tag. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.